hallo meine lieben freunde der volksmusik herzlich zu einer weiteren folge von let's play this honor entschuldige das ist so blöd weil wenn ich hier die aufnahme starte dann dann lädt der den letzten speichert gleichzeitig auch noch den letzten schweierpunkt let's play die sonne 2 folge nr 7 wir haben uns zur mindi vorgekämpft sind die und mindi und bin die el bandi und el bindi und jetzt haben wir neben mission sagen wir helfen blablabla keine ahnung und also da rein rein jetzt aber da bin ich raus gekommen genau die haben wir gerade jetzt ist da ein artefakt ja komm ich brauche ihr gesicht nicht zu sehen warte komm ich gar nicht rein was sind schwarzmarkt benutzen müssen wir jetzt machen ausrüstung ach so die kann jetzt kaufen ach so das ist so einen kaufladen hier ach ich habe schon zehn von zehn armbus bolzen wo das ist das pistolenkugel haben wir auch schon zwei zwei von flacher dass der springmine kosten sie ihr gesicht bedecken geht was nichts an ja ja na narko hola hier von 40 da kaufen wir mal eine sie werden es nicht bereuen narkafer springmine haben auch keine dinge an drauf oder eine betäubung sposten genießen sie die luft ich verkaufe hier keinen fermentierten gegenstände munition rechter bumper gegenstände blieb den geist hergestellt gesunde da haben wir schon was ist das ohne um für die ist teuer was das versuchte zwei auf dem sich freute befinden dass sie mal eine freude das haben wir schon zu erwarten du beliebt den geist und das ist die ruhe das kauf mal eine und jetzt habe ich kein geld mehr oder wie ach so kann man nicht mehr kaufen naja das haben wir ja dann muss man das mal gut also das ist ein freilichkeiten sind wohl nicht so gut die sollten das wie ich machen einfach nicht verbesserungen ich habe pläne zum verbessern ihrer ausrüstung war ja ach gott jetzt habe ich kein geld mehr irgendwie was muss ich da wochen arm brust präzision polz neuheit und das ist alles teuer das kann ich gar nicht oder wie da bräuchte ich mehr geld oder wie und was ist das andere kam jetzt kann ich ja 30 jahre rum basteln da kommen hatte fact schaltet das klingt schick springminken gab es ja auch polzen kapazität es gibt es noch faltklinge das klingt schick ist das kanate ich muss mal schlafen ja auch wohl naja was nehmen wir jetzt das haben wir das nehmen wartet da war noch irgendwas bist du ausrüstung da da verbesserte linsen ob die artefakt kapazität das ist oder polzen kapazität kumpel als die artefakt kapazität schaltet zeit zusätzlich das nehme ich jetzt mal oder das sind wir auch noch oder kommen wir kommen jetzt haben wir kein geld mehr na gut hoch das sollte nicht mit fremden handeln jetzt haben aber die komische dinge da oder jetzt speichere ich mal lieber oder das spiel macht mich ready auch kommen das sind das jetzt die kleinen dinger da sind das alles irgendwelche diese dinger kommen zwar mal da oder das ist sonst ein bekanntes gesicht geschmack nicht mehr kommen da jetzt warte dann komme ich da raus genau da oben da sind wir reingekommen da war sonst nix damals der keller das ist oder oben alles mut und das weiß ich toll das spiel kann man ewig rum kann man die zerstören kann ich in die öffnen zerstören müssen kann ich in die zerstören wieder kommen das war einer zerstören die jetzt diese kise mit der mine oder so war ja noch mal stehen da kann man aber nix sehen das soll aha kack in die hose ja das nützt wird es auch für die zerstören die da aufhauen die zerstören da gibt es nichts mit der mine oder so ach da ist auch ja kommen na gut dann gehen wir da wieder raus da ist der händler da hinten ist die mini da waren wir schon der muss ich irgendwie helfen es gibt einen leer stehenden keller unter der zahnarztpraxis an der straße hinterm aufseher außenposten hinterm aufseher dorthin das ach das war der schwarzmarktladen da komm ich da nicht rein oder wie da war ich ja schon na gut dann gehen wir da wieder raus man da blinkt es immer dann haben wir das hier irgendwie dann gehen wir einfach mal ja wenn man sich da auskennen würde gehen wir einfach mal weiter oh naja ja komm äh ne also achso das war der händler da ist nichts offen aber oder? achso da ist was zu essen entschuldige ja ja oh jetzt da sind wir her gekommen gell was ist denn da am ende? da waren wir schon oder? da ist da ist nichts mehr oder? ach da geht es auch noch rein oh ne oh ne wo ist jetzt da bin ich her gekommen aha da sind wir her gekommen dann gehen wir da da gehen wir jetzt mal irgendwo da rein oder da rauf oh ne was ist mit den Idioten da immer? keine keine Zahnarztpraxis Fletcher dort da komm ah da ist Käse ach das war was zum Essen ja gut schauen wir mal Knochenartefakt da rein he he da rein oh 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 das Spiel da waren wir schon oder? da ist der Händler oh 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 mal da rauf ja oh da ist überall Käse oh ach da kann ich das kann ich doch nehmen oder? Münzen oh ne und und ja auch Knochenartefakt man oh da haben so einen schicken Lüfter oh warte da jetzt gehen wir mal da rein oh da ist das ist was so in sonst oder oh ne da kann man gucken äh sonst ist so man nicht die zu kommen sie nicht zu kommen sie nicht zu neu da gibt den geht's da weiter 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 da waren wir da schon da waren wir schon oder waren wir da schon ach da kommt da kennt sich doch keine Saugen aus oh weia sag jetzt da geht's wieder zu mindi oder genau oh ne wann da blutblut blutblut wie du musst er soll ich eindeutig bewegt dich langsam halte ich von den nestern fern und lass dich nicht mit blutfliegen gift und eiern vollpumpen oh weh wow äh äh da speichere ich jetzt mal und dann gehen wir mal da rein das sieht mich mal interessieren bewegt dich langsam oh 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 bewegt dich langsam haue ich die alle um oder komm willst du noch eine da ist auch eine komm die haben wir alle um oder hoffentlich kommen da jetzt nicht unendlich viele oh oh da kommen dann endlich viele oder kann man das nicht zerstören da ist noch eine kommt da jetzt noch mehr komm her komm her da oben komm dann oh 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 alles kaputt haben muss ich da rüber da ist wieder so ne ach du scheiße muss ich schnell was essen gut was gibt es da sonst noch da aber alle kaputt haben da ist überall zeug das haben wir schon da war nichts mehr da ist essen jetzt müssen wir das noch gewartet da gibt es was da ist die kasse entschuldige das kann jetzt hier mal drei jahre dauern bis ich glaube da ist nichts zu tun jetzt haben wir das noch kaputt kommen alles weg alle weg weg da ist zeug ohne ende naja wir sind auch schon voll da ist alles kann jetzt hier ein paar jahre dauern bis ich da durch bin aber du siehst es ja selber ist das ist das oder ist blut klar hoppla jetzt haben wir hier alles genau da ist aber bestimmt noch zeug drin jetzt warte da nicht mehr gut freunde dann können knochen ach so in fünf metern gehen wir mal rauf da ging es doch nirgendwo jetzt können wir das jetzt essen naja gut 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 äh äh gehen wir mal da gibt es nix mehr gehen wir mal da rauf hehehe schick uch oh ne auu das sieht böse aus äh brennbar brennbar kann ich den das ist nicht drauf ach das kann man den raufschmeißen oder rechter trigger werfen na ich bin ja so schlau schau her ich bin ja so schlau da ist oh komm die nächsten kann ich nicht noch eine flasche nehmen tragen brennbar werfen hola schau ich bin schau ich bin so schlau da ist Käse 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 Kip out jetzt müssen wir die Etage noch schnell looten warte den liebten warte ah nee warte warte äh hülle 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 hola na hallo ah da ist hola ah ich hab ein Käse ding hola da ist noch Käse oh oh schau oh da hinten sind noch mehr böse oh schau was ist denn das da so winzige achso winzige Dinger da ist sonst nix ah jetzt brauchen wir wieder eine Flasche ne wo gehts denn da hin äh äh was ist das schaut aus wie ein Haufen Kacke wo gehts denn da jetzt weiter ich will da rüber ich will da rüber äh äh da da will ich rüber komm wie gehts denn da rein da sind noch mehr da sind noch mehr oh 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 warte jetzt war ich wieder so eine Drecksflasche okay da ist da noch eine hoffentlich ne kann man nicht die Lampe nehmen ne scheiße da kann man nix mehr nehmen na gut da müssen wir uns jetzt so durcharbeiten warte 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 da ist da nix komm komm Da drüben ist aber noch was. Was ist denn das? Soll das eine Lampe sein hier oder wie? Na gut, au, au. Jetzt gehen wir da rüber. Oh, schick. Oh meia, da ist noch alles am Start hier. Oh, ein Piano. Oh, ne, spielen. Toll, toll. Komm, hier ist noch Zeug, oder? Bist blind hier. Ohne Hände. Oder auch nicht. Sagenhaft, sagenhaftes Spiel. Dämliche Schreibmaschine. Jetzt müssen wir da runter. Na ja, ah, Bild kann man das nicht nehmen? Ne. Au, 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 au. Aber nix zum Schmeißen hier. Komm. Au, au, au. Da müssen wir die mal abmäuschen. Oh, bin ja schon froh, wenn mein Schwert, nicht dass das Schwert kaputt geht irgendwann. Komm her. Na gut. Dann, äh, jetzt gehen wir mal da runter. Der hat nix, gell. Entschuldige, wie lange spürt ihr? Mensch, ich bin schon ganz durcheinander hier mit dem Spanien. Der 20 und 30 macht 50. Oh, wir haben nur noch 5 Minuten. Dann, jetzt gehen wir mal da weiter. Da blinkt alles. Das ist da drüben schon her. 50 Meter, oh weh, oh weh, 50 Meter. Da ist jetzt. Mei, oh mei, oh mei, oh mei. Oh, nee. Ich sage jetzt nicht, dass ich da schon war. Brennbar, ja, das hätte man vorher sagen können. Mei, ui, ui. Ah, war, oh. Birne. Ach, das ist wieder kacke. Ne, da ist nix hier. So ne kacke. Da blinkt's. Ne, da soll sich eine Sau auskennen. Und hier, äh. Au, au, au. Ne, warte. Da hätte ich jetzt so ne Flasche reinschmeißen sollen. Warte. Ruhe. Ah, da, du. Du, du. Jetzt aber. Ah. Entlau. Was gibt's hier? Ah, ein Blabla. Achso. Ne, das sind die Körper. Ne, das brauchen wir nicht. Bis so ne. Brauchen wir schon. Ah, ne. Das hat nix. Mann, 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 Mann. Doch ein Artefaktor an und siehe. Ja, ja. Fenster öffnen. Kann man nicht raus hier. Ach, kacke. Entlau. Oh, wei. Da, das ist was. Warte. Da, sonst haben wir da nix mehr. Scheiße. Da ist die Tür. Ne. Ah, ah. Jetzt waren wir da überall. Kann man da nix raus. Ach, scheiße. Ui. Da drüben. Ah, super Schmetterling. 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 Gut, jetzt müssen wir. Wie komm ich denn jetzt da wieder raus? Jetzt darf ich den ganzen Drecksweg zurückgehen, oder? Ach du. Aber ich will noch was essen. Warte, war da was zum Fressen? Ja. Alles her. Komm, klar. Äh. Jetzt komm ich da nix mehr raus. Oh, graus. Kann man da nicht aufmachen? Komm ich. Jetzt muss ich den ganzen Weg. Sag jetzt nicht, dass ich den ganzen Weg zurückgehen muss. Tür öffnen. Ah, nee. Warte. Achso. Ah, ich bin schlau. Oh, oh. Sind das noch tausend Käsefliegen, oder wie? Das halbe Kaiserreich ist mehr auf den Fersen. Oh. Ich freue mich fast zu sehen, was passiert, wenn sie mich erwischen. Oh, nee. Ich freue mich weniger. Oh, nee. 10.000. Noch ein Artefakte. Das müssen wir uns. Das sind böse. Böse Viecher. Komm, komm. Ach du Scheiße. Oh, da ist was. Ja, das haben wir schon. Ach komm. Oh, weitreichend jetzt. Warte, kann ich nicht weit, weit, weitreichend. Warte, linker Krieger. Ne. Wir gehen jetzt weiter. Achso. Kann ich nicht weit, weitreichend. Äh. Gut, Freunde. Jetzt glaube ich, jetzt müssen wir mal wieder ein Päuschen machen. Auf alle Fälle speichere ich jetzt hier mal. Warte. Haben wir doch wieder... Gibt's da keine Karte? Skate. Skate. Ziele. Blabla. Mindy, betritt den auf sie aus. Wo ist der? Äh. Du hast keine Hinweise. Kräfte. Ich will das haben. Ausrüsten. Wie kann man das ausrüsten? Soll ich das mal verbessern? Ich hab fünf Runen. Aber dann... Nett, dass ich dann irgendwas anderes da noch... Knochen-Artefakte. Hä? Oh, ne. Karten. Karten. Ah, warte. Wer für Karte? Erkenntnisse, Autografen, Wissen. Karten. Äh. Wo bin ich? Die versunkene Vorräte. Das brauchen wir nicht. Hafenviertel. Ne. Hafenviertel. Du bist hier. Wirst du noch sehen, wo ich jetzt bin? Weiß keine Sau. Ich schätze, ich bin da bei Punkt zwei fast schon, oder? Ne. Keine. Eins. Bei eins bin ich angekommen. Und jetzt bin ich so irgendwo bei zwei. Zwischen zwei und drei oder so, glaube ich, oder? Da auf dem Balkon da. Oh, ne. Da ist die Lichtwand, die dürfte da drüben. Ach, da ist die Lichtwand, glaube ich, oder? Au, da ist alles. Ach, Kacke. Da kann ich jetzt drei Jahre herumsuchen. Verderbtes Knochen-Arte. Oh Gott. Da kann ich jetzt rüberwatscheln. Leckt mich am Arm. Und mein weitreichend Käsekuchen-Artefakt geht nicht. Geht nicht, gibt's nicht. Kann man das nehmen? Ah, gut. Gespeichert haben wir, gell, Freunde? Jetzt willst du wieder Päuschen machen. 20 und 30 macht 50. Also haben wir eine halbe Stunde gespielt. Und ich muss sowieso mal für kleine Kinder... Also, jetzt machen wir mal aus. Und danke fürs Zuschauen. Hat mich sehr gefreut. Danke für deine Aufmerksamkeit. Und ich schalte jetzt aus und spiele gleich wieder weiter. Dann erkunden wir mal den Käsekuchen hier. Also, bis gleich. Tschüss. 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 Tschüss.